Danke, Fred. Ihr habt wirklich alles gegeben. Ja, ein bisschen besser wäre es schon schön gewesen. Alles in allem war es ein sehr gutes Wochenende, muss man sagen. Super Quali, guter Rennspeed. Wir haben einigermaßen mit Red Bull fighten können. Natürlich sind wir jetzt an Dritter und Vierter geworden. Aber trotzdem war es ein Schritt in die richtige Richtung, nach vorne. Es war eines unserer besten Wochenende heuer. Und vor allem für die Tifosi in den Pothelsplatz. Jetzt müssen wir uns auf die nächsten Schritte konzentrieren. Es war ein ganz toller Kampf, Carlos gegen Max. Aber dann war Carlos gegen Charles, das Ferrari-Duell. Wie habt ihr das gemanagt von der Pitbull? Ich habe ihnen gesagt, kein Risiko. Wir haben für Singapur jetzt einen frischeren Motor. Wir sind jetzt der Motorleistung eigentlich schon gut drauf. Da gibt es auch Infights. Ja, da gibt es... Ja, da gibt es... Ja, da gibt es... Ja, da gibt es... I agree with you, Fred. I agree with you. Also, very good weekend for you. So, congratulations. Ich bin völlig deiner Meinung. War ein wirklich tolles Wochenende für euch. Für Ferrari, für Italien. Wie hast du letzte Nacht geschlafen und wie die nächste? Ja, letzte Nacht war super geschlafen. Und heute, glaube ich, noch besser. Ja, unser Wochenende war wirklich lang. Das war eine Herausforderung. Aber es ist immer leichter, wenn man ein Wochenende mit einem Protestplatz beendet und den Film-Fans etwas schenken kann. Hat es strategische Überlegungen gegeben, wo Carlos noch vorne war, da den Undercut mit Schall probieren? Nein, wir waren schon am Ende mit den Reifen und das wäre ein Risiko gewesen, den Undercut in diesem Moment zu probieren. Ich glaube, dieses Fenster war ganz, ganz knapp, ganz, ganz eng. Und der Software zum Schluss auch ganz schwierig gewesen. Und jeder redet natürlich auch von den 10 Siegen in Serie von Max Verstappen. Was ist Ihr Kommentar dazu? Ja, das ist mehr als beeindruckend. Eine tolle Saison. Der macht keine Fehler. Ich habe gedacht, wenn man Max ein bisschen unter Druck setzt, dass er vielleicht auch ein bisschen schwächelt. Aber das passiert einfach nicht. Aber wir werden es beim nächsten Mal wieder probieren. Wir müssen uns weiter verbessern. Schauen wir beim nächsten Rennen. Schauen wir beim nächsten Mal wieder. Schauen wir mal an und schau uns gut. Danke, Frederik Vasseur, der Ferrari-Teamchef, der alles gegeben hat. Die haben alles.